Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen ganz coolen Adventskalender für dich, den ich letztes Jahr noch gar nicht ausgepackt habe. Und zwar geht es um den Parfüm Dreams Hair Adventskalender. Das ist Beauty Hair Mist. Finde ich witzig. Okay, mein Humor ist etwas anders. Ja, bin der Bock drauf, hast mit mir zu erfahren, was sich in den kompletten 24 Tüchen verbirgt. Dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, erstmal auf diese Seite. Ich glaube, das macht Sinn. Es gibt auch in diesem Video wieder eine Verlosung für dich. Also sei gespannt und bleib dran. Und können wir bitte mal über das Design reden von dem Kalender? Das ist so eine ganz spezielle Oberfläche. Man hört das auch, ne? Das ist, ja, ganz toll. Das ist wie von den Wackelbildern von damals quasi, von der Oberfläche her. Und man sieht dann hier quasi, wenn das Ringlicht nicht, ja doch, das macht das eigentlich ganz gut, ne? Man sieht hier halt ein Einhorn quasi in der Mitte und dann geht das so sternförmig nach außen. Und das fühlt sich extrem hochwertig und dick vom Material an. Schön schwer und auspacken. Kalender hat gekostet 49,95, glaube ich, auf perfumedreams.de und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn gefunden habe. Ich habe das auch auf Instagram geteilt, also folg mir am besten, wenn du nicht verpassen möchtest, dass coole Adventskalender online kommen. Ich heiße AIDUALGP. Ich blende das hier mal ein. Das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Aber es waren halt alle Instagram-Namen vergeben, als ich mich damals mal angemeldet habe. Es ist einfach, ne? Ich war ein bisschen spät. So, nicht lang schnacken, wir legen los. Ich habe hier die Nummer 1 schon direkt vor mir. Und, ähm, ja. Fängt schon mal gut an, direkt mit zwei Produkten. Das ist von der Marke MUK. Und das gucken wir uns mal an. MUK, die MUK. MUK, MUK. Ich hoffe übrigens, dass da keine Proben drin sind, beziehungsweise keine Zeitschriftproben. Das finde ich immer etwas blöd. Da habe ich einmal ein Ultrasoft-Shampoo mit 25ml drin. Und ein One-Minute-Ultrasoft-Treatment. Das scheint dann wirklich so eine 1-Minuten-Kur zu sein. Genau. Die sind da auf jeden Fall mit drin. Ähm, die sollen entsprechend die Haare, Nieren, äh, softer machen, also sanfter machen und scheinen lassen. Und ich rieche mal an dem Shampoo. Das riecht sehr fruchtig, sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Sehr süß. Also nicht süß in dem Sinne Zuckerwarte, sondern süß im Sinne von fruchtig süß, ne? Sehr cool. Es ist pink. Es ist toll. Hier unten haben wir die Nummer 2. Hat sich eben gut versteckt. Oh, eine Mini-Hair-Bürste in Rosé-Gold. Ach, wie schön. Von Wet Brush Pro. Keychain Holiday Pink. Okay, ja. Das ist halt mit so Bommels vorne dran. Und die kannst du dir tatsächlich an dein, ähm, Schlüsselbund dran machen. Hier unten haben wir die Nummer 3. Da ist was von Kiehl's drin. Wie geil. Also man konnte natürlich auf der Homepage auch sehen, was für Produkte drin sind, aber ich hab nicht drauf geguckt. Ich hab einfach gesagt, nein, das war letztes Jahr schon so geil. Ich lass mich wirklich überraschen. Da haben wir ein Amino Acid Shampoo for all hair types. Da sind 30ml drin. Und das soll die Haare wohl toll machen. Okay, cool. Da rieche ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel, muss ich gestehen. Schraube ich mal auf. Ah, ja, es hat einen Grund, dass es nicht riecht. Da ist noch eine, ähm, ja, eine Folie drüber. Gut, ähm, hab ich auch so noch nie bei Shampoo gesehen, muss ich gestehen. Äh, jo. Ich weiß jetzt nicht, was da genau drin sein soll. Aber hier steht auch ganz viel mit Coco drauf. Also vielleicht ist das wirklich nach Kokos ein Duft. Ich persönlich mag nicht so gerne Kokos Duft. Mal gucken. Also einen Teil von den Sachen im Adventskalender kannst du in diesem Video gewinnen. Einen Teil werde ich selber für mich behalten. Und einen Teil wird in andere Adventskalender gehen, die ich selber gestalte. Hier haben wir die Nummer 4. Ein Styling Gel. Oh. Reflecto Seal Styling Gel. Protect and Care for Lashes and Brows. Oh. Schön. Das ist, ähm, Schutz und Pflege für Wimpern und Augenbrauen. Also quasi ein Wimpern- und Augenbrauen-Serum. Wow. Hier haben wir das Tübchen. Ja. Hast du hier so ein Bürstchen dran? Ach, ist das geil. Ja, das riecht halt wie ein Wimpern-Serum, ne? Also quasi um die Wimpern zu pflegen und die Augenbrauen. Das finde ich mega geil. Protect your color. Farbschutz. Hä? Hä? Farbschutz. Schützt die Farbe, pflegt das Haar, stylt die braun. Ach so. Nee, dann ist das nichts für mich. Weil das für, ähm, okay, wenn du gefärbte Augenbrauen oder Wimpern hast, das habe ich ja nicht, ne? Ja, aber pflegt das Haar gut, ne? Also es wäre dann für die Wimpernpflege, aber nicht ein Wimpern-Wachstum-Serum. Das muss man ja auch erstmal raffen, ne? Super. Schade. Die Nummer 5. Klein. Ach was. Das ist nämlich ein Arganöl für die Haare. Das sind 10 Milliliter. Und das hatte ich tatsächlich schon in ein oder zwei Adventskalendern sogar schon drin. Nee, in einem Adventskalender, in einem anderen. Und in einer Box war das mit drin. Und ich glaube in der Vegan Beauty Basket, das ist, ähm, quasi ein Arganöl, welches du halt super für die Haare verwenden kannst. Und finde ich irgendwie ziemlich geil. Ähm, ja. Freut mich. Das heißt, eins von den drei würde ich definitiv behalten. Denn die liebe Jana vom Kanal Whitesworn Beauty empfiehlt extrem Arganöl für die Haare. Und das wollte ich dann halt auch einmal austesten, ne? Also so wirklich mir das in die Spitzen reingeben und schauen, ob das dann auch wirklich diese Pflegewirkung hat, die ich mir wünschen würde. Nikolaus, wo bist du? Da. Wow. Oh, der Kalender ist übrigens echt schwer, ne? Hier, Nikolaus. Nikolaus ist eigentlich immer was ganz Besonderes. Also jedenfalls für mich. Und dementsprechend erhoffe ich mir natürlich auch davon, dass da ein ganz besonderes Produkt drin ist. Und? Revlon. Ach, guck an. Nutri-Color-Creme. 3 in 1 Cocktail. Moment. Oh, der Kalender ist wirklich schwer. Ähm. White Platinum. Color, Care & Shine. Limited Edition. Okay. Direkt ziehende Farbcreme. Pflege und Glanz. Feuchtigkeit spendend. Anwendung. Haare waschen und mit dem Handtuch trocknen. Creme mit Kamm oder Fingern verteilen. 3 Minuten einbecken lassen für Farbauffrischung. 15 Minuten für Fantasie-Effekte. Also wenn du irgendwie dann doch vielleicht mal anders als die Haarfarbe, die du dir gefärbt hast, haben willst. Okay. Ja. Ähm. Ich hab naturblonde Haare. Das heißt, es ist leider kein Produkt für mich. Also kolorierte Haarprodukte ist nicht so wirklich meins. Äh. Ich kenn aber Leute, die halt tatsächlich blond gefärbt oder blondierte Haare haben. Zum Beispiel meine Mom auch. Nutri-Color. Ne? Revlon ist auch eine geile Marke. Ach so, das wird noch verschlossen sein, weil da ist so ein Pieks zum Aufmachen. Ist eine Tube. Ja. Ne? Wird dann entsprechend weitergegeben werden. 50ml sind hier drin. Hier haben wir die Nummer 7. Oh. Die Marke kenn ich schon aus einem anderen Adventskalender. Guck mal raus. Joico K-Pack Color Therapy Luster Lock Multi Perfector Daily Shine & Protect Spray. Spray Brilliance. Okay. Das ist dann ein Spray für die Haare. Das kann man auch schütteln. Das ist so ein Zwei-Phasen-Ding. Das sieht man hier auch in dem Ding hier unten drin. Dass du da quasi wieder Glanz in deine Haare reinbekommst. Und das scheint mir so eine Art Sprühkohl zu sein. Sprühkohl verwende ich sehr, sehr gerne. Dann einfach rein damit und dann geht die Party ab. Das riecht auch sehr angenehm. Oh ja. Das gefällt mir. Cool. Neun, acht. Acht ist hier oben. Sieht schon mal schick aus. Übrigens, es rutscht in diesem Kalender garantiert nichts, weil das so fest da drin ist. Und es halt auch einfach größere Produkte sind. Von Orofluido Asia Zen Control Shampoo. 50ml sind da drin. Okay, damit die Haare chilliger werden vielleicht. Man weiß es nicht. Ähm, was machst du? Beauty Shampoo für frizz-anfälliges Haar. Tatsächlich, das ist ja witzig. Ja, meine Haare sind tatsächlich frizz-anfällig. Und es riecht auch ganz angenehm, doch. Das ist toll. Das gefällt mir. Cool. Hier haben wir die Nummer neun. Ja, wie geil ist das denn? Der passende Condition. Oh. Ja. Der passende Condition ist auch noch mit dabei. Ich nehme mal besser die Nagelfeile, sonst reißen. Also, ne, gehen meine Finger noch mehr kaputt. Ähm, ja. Ja. Finde ich gut. Das passende, die passende Spülung dazu. Das kann man immer gut gebrauchen, wenn man das im Kombi verwenden kann. Ja. Sehr angenehmer Duft. Sehr, sehr angenehm. Wirklich. Schön blumig. Eine große Nummer 10 wartet auf uns. Das hatte ich schon mal. Das ist toll. Ja. Von Revlon. Equave. Instant Beauty, Instant Love, Volumizing Detangling Conditioner. Das ist eine Sprühkurse. Sowas verwende ich irre gerne. Äh, ja. Richtig, richtig cool. Hatte ich in meiner Amazon Osterbox mit drin. Cool. Das ist toll. Das ist nicht so ganz mein Duft. Die 50ml sind aber ganz gut für die Haare. Das schüttelt man, sprüht das dann in die Länge und kommt dann viel, viel besser durch die Haare durch. Jo. Und es ist ein Herz. Das ist süß. Hier ist die Nummer 11. René. Futtera. Futtera. Äh, Okara Color. Color. Color Radiance Ritual. Color Protection Shampoo. Ja. Das ist auch wieder ein Shampoo für koloriertes Haar. Kolorierte, also Shampoos für koloriertes Haar, habe ich gelernt. Ähm. Sind halt auch sehr, sehr gut für Haare, die trocken sind. Das heißt, für meine Haare wäre es auch optimal, weil meist ja kolorierte Haare auch etwas trockener sind. Das hat mir eine ganz liebe Zuschauerin nämlich in die Kommentare geschrieben und so als Tipp gegeben. Und da hat sie vollkommen recht. Halbzeit. Wo befindet sich da? Da ist die Halbzeit. Die Nummer 12. Auch wieder zwei Produkte. Wie geil ist das denn? Richtig toll. G. Olive Organics Hair & Body und G. Olive Organics Olive & Silk Hair & Body Oil. Für, hä? Okay. Das sind auf jeden Fall erstmal die zwei Produkte. Gut. Das erste ist ein Shampoo und ein Body Wash. Und das andere ist für, ist ein Öl für die Haare und für die Haut. Wahrscheinlich für danach. Als Haaröl quasi. Genau. Also das kannst du tatsächlich, das Öl kannst du wirklich verwenden für die Haarlängen. Also nicht in den Ansatz, sondern in die Längen geben und auf der Haut. Ne? Für trockene Haut. Und das hier ist wirklich für die Haut zum Abduschen und für die Haare als Shampoo quasi. Sehr schöne Halbzeit, muss ich sagen. Dann gehen wir mal weiter zu der Nummer 13. Okay, cool. System Professional Balance Shampoo. Und das ist ein Gentle Sculp Care. Also das ist quasi ein Shampoo, was gut für die Kopfhaut sein soll. Ich habe das öfters mal, dass ich irritierte Kopfhaut habe. Gerade wenn ich so meine Erdbeerwoche habe, habe ich aktuell. Dann kriege ich einfach ein paar mehr Unreinheiten auch auf meiner Kopfhaut. Und da kommt sowas sehr, sehr gut. Das heißt, das stelle ich mir dann doch wohl mal direkt in die Dusche. 50 Milliliter sind hier drin. Und das ist eine sanfte Reinigung für empfindliche Kopfhaut. Ja, es riecht einfach wie ein Shampoo. Ich habe hier eben Parfüm gesprüht, was hier immer noch riecht. Also von daher ist es ein bisschen schwierig. Aber es finde ich cool. Hier oben ist die Nummer 14. Ui, das sieht schick aus. Komm raus, komm raus. Ich stehe so auf Haarfliege, Leute. Was ist das? Sebastian. Professional Sebastian. Dark Oil. Haaröl. Was machst du? Das ist das hier übrigens. 30 Milliliter sind da drin. Und das ist einfach ein Haaröl. Das gibst du dir auch so in die Längen rein. Und hat oben so einen Pumpspender. Und dann kann man das halt in die Längen geben. Und das soll die Haare dann wahrscheinlich nähern. Aber hier steht sonst nichts außer Haaröl drauf. Nö. Sonst steht da wirklich nichts drauf. Jo. Hier haben wir die Nummer 15. Ui. Von Schwarzkopf ein Produkt. Und das ist wirklich eine Metallflasche, oder? Ja. Das ist ein Oasis Plus. Extreme Hold Hairspray. Das ist ein Haarspray. Jo. Das gibt viele Leute, die das benutzen. Ich benutze kein Haarspray. Aber es gibt genug andere Leute, die das tun. Also von daher ist sowas sehr gut in einem solchen Adventskalender aufgehoben. Extreme Hold Hairspray. Drei ist da die Halteklasse. Nennt man das so? Weiß ich nicht. Jo. Läuft. Die Nummer 16. Von Vela. Guck mal. Auch meine bekannte Marke wieder. Fusion Mask. Intense Repair Mask. Also eine intensive regenerierende Maske mit 30ml ist da drin. Und die lässt man 5 Minuten drin. Okay. Das geht. Die riecht irgendwie ein bisschen würzig. Also ein bisschen weihnachtlich tatsächlich. Ich kann mich jetzt aber auch einfach vertun, ne? Aber die riecht wirklich angenehm. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Cool. Die Nummer 17. Goldbell. Goldbell kenne ich auch. Rich Repair. 16 Sekunden Pflegekur. Regeneration für geschädigtes Haar. Color Protection haben wir hier wieder. 50ml. Das ist dann halt wirklich speziell für koloriertes Haar sehr gut geeignet. Oh, das riecht auch sehr, sehr angenehm. Das riecht sehr sanft wieder. Sehr schön cremig. Die Nummer 18 ist hier unten. Oh ja. Eins meiner Lieblingsprodukte. Das ist das von Hairdoktor. Der hat zwei Phasen-Conditioner. Der ist echt großartig. Hatte ich jetzt letztens auch in der Foxybox mit drin. Richtig geil. Ja. Riecht nicht besonders. Ist aber sehr pflegend. Sehr, sehr klasse. Sehr toll. Kann ich euch mega ans Herz legen. Geiles Produkt. Wirklich. Ja. Ne? Das ist halt nicht nur Thermo. in dem Sinne quasi Hitzeschutz, sondern der macht so tolle Sachen. Also ich mache mir das einfach in die Haarlängen rein nach dem Duschen und komme da einfach super durch. Und der pflegt die Haare. Wahnsinn, wie schön die dadurch werden. Riecht nicht so geil. Also das ist irgendwie schon sehr, weiß ich nicht, sehr Friseur-mäßig. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, ob ihr das so, das ist schwierig jetzt zu sagen, aber sehr säuerlich, wenn man das mal so sagen darf. Es riecht halt so, als würde es halt ordentlich fliegen und das tut es auch. Nummer 19. Nochmal was von Goldwell. Sehr schön. Auch das ist wieder so eine Metallverpackung. Ein Glanz-Styling-Schaum. Glamour Whip 3. 50ml sind da drin. Jo. Und das ist einfach ein Schaum, mit dem du deine Haare stylen kannst. Die Nummer 20. Okay. Was ist das? Medavita Lux Viva Shampoo. 55ml, interessante Größe. Auch wieder Color Protection. Okay, also dieser Kalender ist sehr für Leute auch, die halt wirklich kolorierte Haare haben gemacht. Also da macht es dann noch mehr Sinn als bei mir. Ja, aber ich kenne genug Leute, die koloriertes Haar haben. Also von daher, ne? Passt das auch schon. Ich finde den Verschluss übrigens sehr schön. Das kannst du hochklappen. Finde ich besser, als es aufzuschrauben. Jo. Riecht noch nicht viel, finde ich. Jo. Ne? 21. Alcina. Sehr schön. Hyaluron 20. Ne, 2.0. Eine Spülung. Schön. Pflege, feucht, ach so. Pflegestufe 5 von 10 und Feuchtigkeitsstufe 9 von 10. Das finde ich auch klasse. 20ml sind hier drin. Sehr cool. Sieht so aus, als wäre das für blondes Haar, weil das so gelb ist, ne? Hat einen leicht zitrischen Unterton tatsächlich, aber ist okay. Mit wertvoller Hyaluronsäure. Oh ja. Und dem Extrakt der Kaktusweige stillt den Durst ihrer Haare, pflegt und glättet sie. Und Glanzgeschmeidigkeit und Elastizität sind nicht nur eine Fata Morgana. Ja, der Anti-Heat-Faktor verhindert Hitzeschäden bis zu 230 Grad Celsius. Ja, wunderbar. Hier unten ist die 22. Ah, wieder. Hatte ich von Aveda schon mal jemals ein Haarprodukt? Ähm, ja. Damage Remedy Intensive Restructuring Treatment. 25ml sind da drin. Ein restrukturierendes Ding? Was machst du? Von den Spitzen bis zum Ende 2-5 Minuten drin lassen und dann abspülen. Okay, ja, das ist halt eine Haarkur. Ja, gut. Und die soll die Haare dann wieder restrukturieren. Cool. Es geht schon wieder Richtung Ende, ne? Ich finde es jedes Mal schade, wenn das so ist, weil ich... Oh Mann, hab mich dann schon... Ich hab... Also, grad dann, wenn ich mich so mit dem Adventskalender gut angefreundet habe und wir einfach schon eine schöne Zeit zusammen hatten, ist es schon wieder vorbei. Einfach 5 davon kaufen und jeden Tag wieder welche aufmachen. Gut, die Nummer 23. Ein Shampoo... Boah, das ist riesig. Uch! 90ml von Avenis Oil... Ne, Oil Shampoo. Absolute Beautifying Shampoo with Roku Oil con Olio di Roku. Avaquil... Hä? Ist das mit Rucolaöl? Keine Ahnung. Ideal per Tutti i Tipi di Capelli. Ja, es riecht halt wie ein Friseurshampoo auch irgendwie, ne? Joa. Ne? 90ml ist auf jeden Fall eine schöne Größe, finde ich. Last but not least, hier haben wir die Nummer 24. Ich muss sagen, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was in einem Adventskalender für Haare in der Nummer 24 drin ist. Wir gucken mal. Es ist riesig. Also, gefühlt. Ach, guck mal. Von Paul Mitchell sind das zwei Produkte. Und zwar haben wir zwei Shampoos hier drin. Einmal Shampoo One 50ml Sanfte Reinigung und ein Ava Pohi Shampoo, Original Shampoo Feuchtigkeitsausgleichend. Auch 50ml. Okay, das ist, glaube ich, eine Friseurmarke. Gar nicht mal so günstig. Dementsprechend ist das dann auch gar nicht so verkehrt. Für feines bis mittleres und chemisch behandeltes Haar, das Produkt, mit dem alles begann, gibt dem Haar alles, um gesund und glänzend auszusehen und macht es leicht kontrollierbar. Und das andere? Für alle Haartypen genießen sie den reichhaltigen Schaum und die Feuchtigkeitsspendeneigenschaften des Ava Pohi Shampoos. Okay, aber... Ja. Entferde Rückstände und macht das Haar glänzend. Okay. Joa. Ne? Zwei Shampoos. Joa. Doch. War ein cooler Inhalt, ne? Hilfe. Der Adventskalender macht Geräusche. Ja, wirklich interessant, auch mal so einen kompletten Adventskalender für Haare zu sehen. Ich glaube nicht, dass ich mir das nächste Jahr nochmal neu kaufen werde, um das mal so zu sagen. Aber es war mal eine interessante Entdeckung für mich. Ja, wertmäßig denke ich, dass es relativ hoch sein wird. Ich blende es dir hier aber nochmal ein, weil hier echt krasse Marken mit drin sind. Das muss ich wirklich sagen. Das einzige Haartool, was mit dabei war, war ja tatsächlich diese kleine Bürste. Ansonsten waren es halt alles sonst so Produkte. Ich hätte sonst befürchtet vielleicht, dass da sonst noch irgendwelche Haarklammern oder sonst was mit drin sind. Gott sei Dank nicht. Also, ne? Ist schon ganz brauchbar, auch für mich, muss ich gestehen. Für die, die nicht so Haarstyling-affin ist. So, und was du in diesem Video gewinnen kannst, das sind folgende fünf Produkte. Einmal die Vela Fusion Maske. Dann habe ich dir reingepackt von Goldwell den Ultra Volume Styling-Schaum. Von Refecto Seal das Styling-Gel für Wimpern und Augenbrauen. Von Medavita das Shampoo. Und von Schwarzkopf Osis Plus das Haarspray. Genau. Diese fünf Produkte kannst du in diesem Video gewinnen. Und was du dafür tun musst, steht alles in der Infobox. Schau einfach vorbei. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.